Ich glaube, ich wechsle mal wieder die Waffe. Hallo? Achso, ich habe schon das Sturmgewehr in der Hand. Denn die Schrot würde mir auf der großen Entfernung hier auf den großen Platz nichts bringen. Na toll. Eli, sei mal mein Freund. Oh ja. Ich lasse sie erstmal kämpfen. Mal sehen, was bei rum kommt. Okay, es kommt dabei rum, dass die Soldaten sterben, natürlich. So, das war es dann auch für den Kollegen. Und ich befürchte, wir haben wieder den Heli am Hals. Okay, das scheint mir ein anderer Heli zu sein. Das ist auch mal nur ein Transporter-Heli. Das ist in Ordnung. Ich hoffe, das Ding ist nicht besetzt. Nee. Okay. Das war für uns vielleicht jetzt ein bisschen ungesund. Ach, Kollege. Du stirb doch gleich einfach. Du stirb doch nicht. Du stirb doch nicht. Du stirb, sag ich schon. Du stirb doch einfach gleich sofort. Na ja. Muss reichen. Jetzt sind wir wieder hier. Willst du mich verarschen? Okay. Verdammte Kacke. Okay, nochmal neu. Ich wechsle mal die Waffe. Na, kommt schon. Das ist was für ihn. Gut, wenn der andere nicht will, dann ich mal nach. Ist durchaus in Ordnung. Jetzt kommt er. So. Bisschen zu viel Muni verbraucht dabei. Aber was soll's. Wir haben's ja. In dem Spiel hat man's ja immer eigentlich. Außer wenn einem gerade die Waffe abgenommen wurde. Wirklich. Ach, von da drüben. Aha. Na, wenn das so ist. So, nochmal speichern. Merci. Das war ein... Freundliche Begegnung, wollte ich sagen. Was war das denn schon wieder? Wenn mir jemand erklären mag, was genau da passiert ist gerade. Ich weiß es nicht. Was auch immer da explodiert ist. Du Arsch. So, ich komm offenbar nicht mit mehr Leben raus. Soll mir aber recht sein. Speichern. So, hier ist jetzt keiner mehr, ne? Kann sein, dass der Heli immer neue Leute bringt. Kann sein, dass ich überhaupt keine Ahnung hab, wo ich hin muss. Oh, der bringt tatsächlich immer neu auf. Hey, ich werd bescheuert. So, machen wir das mal so. Und dann besetzen wir doch mal das gute Stück hier. Ich sehe bloß nichts, das ist das Problem. So, mal speichern. Mal ausprobieren. Ja, wirkt doch sympathisch, ne? Ach! Na, sieh mal einer, guck. Ich schieße einfach noch ein bisschen drauf. Könnte ja sein, dass irgendjemand stirbt dabei. Irgendwie kann ich das Ding schon wieder nicht mehr... Achso, ich bin schon wieder nicht mehr dran. So, ich weiß auch gar nicht, ob das Dürfen überhaupt noch Feinde sind. Aber es kann nicht schaden, man muss klar Schiffs machen hier. Ich würde da gerne den Heli runterholen, muss ich zugeben. So. Speichern. Dann würde ich gerne hier noch in diesen Raum rein. Dazu müsste, glaube ich, mal den Herrn vom Sicherheitspersonal hier runterholen. Na, geht's mal weg? Der steht doch noch hier, oder? Hat es den mittlerweile verjagt. Okay, warum nicht? Du solltest sowieso nicht alleine abkommen. Kommen Sie mit. Schneller, schneller, schneller. Wo kommst du denn her? Ach, Mensch. Manchmal nervt ihr ganz schön. Ach, dieser blöde Hubschrauber, der da immer wieder neue Leute rausschmeißt, ne? So, dann passen wir diesmal auch auf, wenn wir hier lang gehen. Alles klar. Aber ab durch die Mitte. Obst du nicht wie die Wissenschaften, die dann auf halber Strecke wieder aufhören. Und speichern. Wir können hier sein, dass hier gleich jemand vor der Tür steht. Ist man da? Ja. Oh. Drecksack. Okay. Das war's für den. Ein zweiter müsste noch irgendwo sein. Und seitdem er hat sich gerade irgendwo selbst wieder aufgejagt. Oh, Typ. Scheiß drin. Nein, nicht speichern, verdammt nochmal. Ich will nicht speichern, ich will laden. So, wo ist der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Oh, Bonzer. Schnell weg. So, können wir jetzt. Okay, ich werde hier warten. Nein, du sollst nicht warten, du sollst mitkommen. Okay, ich werde weg. Komm. Jetzt. Schnell. Lauf. Komm hinterher. Willst du vielleicht bitte mal kommen? Okay, ich warte hier und helfe, wenn noch... Alles klar. Los. Ich lad mal mal rein. Achso. What? What? Was ist denn das für eine Speicherung? Was? Was hab ich denn da gespeichert? Oh, Leute. Was ist denn das für eine Speicherung? Wenn das sieht, dann passiert. Was ist denn das für eine Speicherung? Und ich werde, ich werde gerade... Ich... Was ist denn das für eine... Ich will doch nur diese Dingens da aufmachen. Diesen Lagerbereich. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mensch Ich schieß dem aus nächster Nähe mit der Schrot in die Fresse Das muss doch reichen Magst du dann jetzt kommen vielleicht? Jetzt kommen Komm einfach mit Der kommt nicht Du blöde Pistenelke, du kannst mich mal am Arsch lenken, ganz ehrlich Ne, will ich nicht lang gehen Ah, da kommen schon wieder die nächsten, ich werde verrückt So, dann fick dich halt, ist mir bewusst Ich geh dann mal einfach So, leck mich Kein Bock mehr auf euch, ihr Sackgesichter Hilfe Warum Moment habe ich das verdient Ich geh mal kurz hier hoch So, das sollte doch gereicht haben, oder? Speichern wir mal Hier ist keiner mehr Ich bin zufrieden Speichern So, und jetzt Vielleicht mal so Wieso treffen die denn so gut heute Sonst treffen die doch nie, wenn ich zur Seite gehe, oder? Machen wir es halt so So, dass wir ihn mal vorbei haben Macht jetzt gerade nicht so viel Spaß hier Hört das denn irgendwann auf? Ich würde gern Fertig sein, bevor meine ganze Munition verkleppert ist Okay, ich sehe gerade, wir haben hier schon wieder ein Geschütz Ja, natürlich So, machen wir das doch gleich mit dem Geschütz Lass mich da mal an dem Geschütze bleiben So, noch jemand Ja, ist jetzt total herausfordernd Ich weiß nicht, wie lange es hier so geht Vielleicht kommt es ja irgendwann zu dem Entschluss, dass es nicht allzu sinnvoll ist, alle Leute hier rauszuschmeißen Sondern, dass man vielleicht irgendwie anders vorgehen könnte Um nicht alle Menschen An der Geschützstellung zu verlieren Ich speichere mal und dann gehe ich auch einfach mal wieder So Gehen wir einfach mal vorwärts Vielleicht kommen wir ja irgendwo raus Ich glaube, das hat sich auch gerade erledigt mit den Außerirdischen Die Frage ist, wo geht es weiter Und kommen wir ja vielleicht endlich mal wieder in den Entschluss? Ha, natürlich Kommen wir jetzt vielleicht endlich mal wieder in ein Gebiet, in dem wir ein bisschen mehr Ruhe haben Ich finde es nämlich langsam wirklich anstrengend hier mit diesem Militärbereich Gerade gerade von oben gibt es einen Witz Zerschießt euch erst mal gegenseitig, das ist in Ordnung Ich will bloß anschauen Wen haben wir denn hier? Aha Hat mich gerade jemand angegriffen? Hallo? Hm, wer weiß Ich glaube, ich bin ganz gut Äh, ganz gut Äh, durchgekommen hier War ja auch unglaublich schwer Ich weiß Aber man hätte schlechter wegkommen können dabei So, nimmst du das auch noch hier? Nimmst du das auch noch hier? Nimmst du das vielleicht auch noch hier? Komm, das liegt auf Augenhöhe Das wirst du doch wohl kriegen, oder? Muss ich erst wieder seltsame Hüpfer machen? Also manchmal W-Stack Gut, das brauchen wir sowieso nicht Hier in der Ecke gibt es nur ein hässliches, verrostetes Fass Gut, dann würde ich sagen Geben wir doch mal hier durch Speichern Bitte lasst die Militäranlage so langsam Enden Was seid ihr denn? Ach, das sind wieder diese komischen Ach, ii Nochmal bitte kurz neu So Steht es ums Leben zumindest ein bisschen besser gerade Ich weiß auch nicht Inwiefern diese Dinge nützlich sind einzusetzen Also Man kann die ja auswerfen Damit die sich auf den Gegner stürzen Aber so doll sind die doch jetzt auch nicht, oder? Geht doch mal durch hier Bekünfte bitte Aha Ja, bis ich meine Waffe ausgerüstet habe Hat sich das natürlich schon längst erledigt Ja, ich glaube ich bleib beim Studiengewehr Äh, ich glaube ich bleib beim Studiengewehr Bis zuUT Äh, ich etwa